Digitale Souveränität ist ein drängendes Thema, weil es wirklich bedeutet, dass wir als Land oder als Europäische Union unabhängig sein müssen. Was bedeutet das? Es gibt so eine naive Sicht. Souveränität bedeutet, man macht alles selbst. Das kann es in der IT und in der Cybersicherheit schon recht nicht sein, sondern was es bedeuten muss, ist, dass wir als Land die Beurteilungskompetenz brauchen. Also es muss so sein, dass wirklich nichts in diesem Land sicherheitskritisches verwendet wird, wo nicht wir als Land die richtigen Testlabore haben, die Zertifizierungsstellen haben, beurteilen können, wie man große Systeme sicher integrieren kann. Das ist das eine. Und das andere ist, was mir jetzt sehr wichtig ist, in vielen Bereichen können wir tatsächlich Dinge auch noch selbst tun. Man hat auch recht oft das Gefühl, der Zug ist abgefahren, also so schnell wie Silicon Valley können wir nicht werden, das stimmt überhaupt nicht. Also die digitalen Innovationen, die kommen so im Jahres- bis Fünfjahresrhythmus. Das heißt, wenn wir uns jetzt auf die Fahnen schreiben, wir wollen ein sicheres Gerät des Typs X bauen, in fünf Jahren können wir marktreif und konkurrenzfähig sowas haben. Und da würde ich halt sagen, im Cybersicherheitsbereich gibt es eine Reihe von Technologien, wo wir uns eben dahinter klemmen müssen. Das ist sicherlich so im Bereich Industrie 4.0, also Sicherheit für die Industrie, Sicherheit für die Prozestechnik. Das ist auch im Bereich Verschlüsselungstechnologie, Ende-zu-Ende-Sicherheit, im Bereich Datenschutz sehe ich da viele Möglichkeiten, wo wir es machen können. Also das wären so meine Komponenten für die digitale Souveränität, Beurteilungsfähigkeit und die Fähigkeit, bestimmte Dinge auch wirklich selbst herstellen zu können. Für die digitale Souveränität ist es wichtig, dass man auch die Hardware, auch das Betriebssystem mit betrachtet. Also sozusagen den kompletten Stack von ganz unten, von der Metallschicht bis hin zur Software-Schicht, bis hin zur Anwendungsschicht, bis hin zum Menschen schlussendlich. Und auch da kann man sehr viele Dinge tun. Gerade im Bereich Hardware braucht man beispielsweise sichere Hardware-Anker, also sichere Module, die sicherstellen, dass eine Identität beispielsweise eines Gerätes oder auch von Benutzern von Geräten hergestellt und verifiziert werden kann. Auch da gibt es in Deutschland sehr, sehr viele Dinge im Bereich Forschung, aber auch im Bereich der Herstellung, wo wir wirklich führend sind weltweit. Ich denke, als Land kann man sehr, sehr viele Dinge erstmal tun. Also man muss nicht auf die Europäische Union warten, bis man was tun kann. Das IT-Sicherheitsgesetz ist ein gutes Beispiel. Da ist Deutschland vorangegangen. Ich denke, das war eine sehr sinnvolle und gute Sache. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, was ein Land tun kann. Also ein Land, aber auch die Europäische Union, kann Mindeststandards vorgeben, kann einfach mal sagen, was wollen wir als Minimum haben für IT-Sicherheit, für kritische Infrastrukturen, heute, aber auch darüber hinaus. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Kunden, also Sie, ich, Firmen und so weiter, wenn wir was verwenden, dass Sicherheit sichtbar wird. Also wenn Sie heute in den Laden gehen und Sie kaufen sich einen Laptop, Sie wissen nicht, ob der linke oder der rechte sicherer ist. Wenn Sie in den Laden gehen und irgendwas kaufen wie ein Würstchen, dann wissen Sie, welches ist fetter als das andere und dann nehmen Sie vielleicht das magerere, nehme ich mal an. So etwas hätte ich auch gerne bei IT-Sicherheit. Also so etwas, dass man wirklich sieht, das ist sicherer, das ist nicht sicherer. Und wenn auf Dauer was nicht sicher ist oder nicht genug sicher ist, dass die Haftungsregeln auch in die Richtung gehen, dass eben der Hersteller dafür verantwortlich gemacht werden kann, wenn er in Anführungszeichen fahrlässig ein Produkt auf den Markt gebracht hat. Das kann der nationale Gesetzgeber tun und da könnte Deutschland auch eine Vorreiterrolle für die Europäische Union spielen. Was der Staat da tun kann, was mein Wunsch an Frau Merkel wäre sozusagen, sind ein paar Wünsche. Also das eine ist, wie gesagt, einfach die Sichtbarkeitsmachung von IT-Sicherheit. Was ist besser, was ist schlechter, was ich gerade alles schon gesagt hatte. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber auch, man muss wirklich auch die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Also bei Digitalisierung kommt jeder innerhalb von fünf Sekunden auf Breitbandausbau in der ländlichen Region. Also bei mir der Odenwald wird ganz toll ausgebaut, ist ganz prima. Es gibt eine digitale Agenda, da steht drin, dass Deutschland der Verschlüsselungsweltmeister werden möchte. So etwas braucht genauso eine Infrastruktur wie die Breitbandkommunikation. Solche Dinge, also Infrastrukturen, um Sicherheit zu ermöglichen. Das kann zum Beispiel etwas sein, da arbeiten wir dran unter dem Titel Volksverschlüsselung, dass jeder verschlüsseln kann, der möchte, möglichst einfach. Man braucht Forschung, damit man es wirklich möglichst einfach machen kann, also Usability-Forschung. Man braucht dann auch Forschung, wie man Kryptografie in die Welt bringt, also nicht so sehr die Grundlagen der Kryptografie, sondern die Anwendung der Kryptografie. Aber auch dann ganz elementar eine Infrastruktur, wie die Autobahn, wie Breitband. Wo bekomme ich die Schlüssel her? Wo bekommen Sie Ihre digitalen Identitäten her? Und in dieser Art gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Infrastrukturen. Und da denke ich, gibt es ein Defizit in Deutschland. Da wird daran gearbeitet. Wir sind wahrscheinlich schon besser als andere. Aber da könnte man noch deutlich mehr tun. Fraunhofer spielt da in der Tat als Transmissionsriemen eine ganz entscheidende Rolle. Ich habe gerade schon am Beispiel gesagt, also wir arbeiten an einem Projekt mit dem Titel Volksverschlüsselung. Das ist ein reines intern finanziertes Fraunhofer-Projekt, wo wir eine PKI und Software zur Verfügung stellen, wo jeder sich eine Identität geben lassen kann. Also seine Identität natürlich ist abgesichert. Und Software, dass man gut Verschlüsselung in Systeme einbauen kann. Und ich denke, diese Dinge sind sehr, sehr wichtig, wo Fraunhofer einen Beitrag leisten kann, den man von anderen Forschungseinrichtungen vielleicht nicht so erwarten kann. Also wo es darum geht, aus der Grundlagenforschung, wo wir sehr stark sind in Deutschland, in die Anwendung zu kommen, die Anwendungsaspekte zu nehmen. Eben nicht noch mehr Forschung im Bereich von Kryptografie, sehr wichtiges Thema, aber mehr Forschung im Bereich Anwendung von Kryptografie beispielsweise. Das ist ein typisches Fraunhofer-Thema. Und ich denke, da hat unsere Gesellschaft auch eine ganz bedeutende Funktion als Riemen, als Verbindungsglied zwischen universitärer Forschung beispielsweise und Behörden und Industrie. Wenn man einfach in die Zukunft denkt, dann kommt man in der Tat auf Dinge wie Quantencomputer oder etwas näher Internet of Things und so weiter. Was für mich viel fundamentaler ist als Sicherheitsforscher, ist eigentlich die Frage, womit soll sich Sicherheitsforschung beschäftigen? Und da ist es so, wir haben uns jetzt die letzten 20, 30 Jahre sehr intensiv beschäftigt mit, in Anführungszeichen, kleinen Systemen. Ja, also wir haben da auch sehr viel gemacht und im Stichwort Security bei Design. Wie kann ich überschaubare Systeme von Anfang an so entwerfen und implementieren, dass sie sicher sind? Die spannende Frage ist aber eigentlich, was passiert jetzt mit riesengroßen Systemen? Ich hatte vorhin schon das Internet angesprochen, das ist sicherlich das größte IT-System der Welt. Niemand versteht es komplett. Sicherheit ist ein extrem fragiles Gebilde an der Stelle. Und dieses Thema Security at large, also wie kann ich Sicherheit von sehr großen Systemen einigermaßen vorhersagen? Wie kann ich das empirisch untersuchen? Also wie kriege ich sozusagen IT-Sicherheit zu einem Forschungsgebiet empirisch für große, realistische Systeme, nicht nur in Anführungszeichen für die kleinen, überschaubaren Systeme, mit denen man sich typischerweise in der akademischen Forschung beschäftigt hat.